Hallo, ich habe Post von Pens in Nice bekommen und das möchte ich doch jetzt mal schnell anboxen. Das ist der Feuerstil. Und hier ist der Drehbuchschreiber. Wir hatten es noch nicht davon. Schaut mal, statt Plastik geht es auch so. Der hat einen kleineren Durchmesser als der. Ich habe das in ein Verständlichem Problem ad hoc gelöst, den Knoten durch einen Achterknoten ersetzt, sodass das Paracord hier unten den Durchmesser eines Feuerstil-Lochs verkleinert. So ist es dann schön stark. Vielen Dank, Udo. Ich freue mich sehr über das Geschenk. Und Tschüss.